Na, kommt der eine raus? Hallo Mama Papa Oh Gott Hallo Mama Papa Das ist die kaputte Wir gehen mal in diese Gange Oder sollten wir erst den Fernseher anmachen? Man weiß das nicht Blöd Wir hätten den Fernseher vielleicht anmachen wollen Wird es nie erfahren Wir stinken nach Müll Hallo Oh Gott, das ist ein schweres Paket, Leute Oh Gott, das ist ein schweres Paket, Leute Das ist ein schweres Paket Reichen Für uns reicht es Ja Mama Ich möchte mal was ausprobieren. Mama? Papa? Bitte komm nicht raus. Oh mein Gott. Das Spielzeug mag ich nicht. Nur so viel wie nötig. Geh doch rein. Oh wie schön. Ich wollte springen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ich halte mich doch immer daran mit beiden Dings fest. Ich lieb's gegräbt zu werden. Nur deswegen mache ich's für den Kick. Oh. So. Es gibt die Variante hoch springen. Dann macht der ja das. Was soll ich nicht tun? Wir hüpfen. Schade. Ich hoffe ihr hört nicht mit Kopfhörern das Video. Weil. Könnte ein bisschen lauter sein. da ist ein Hureloch. Ach. Ach. Aha. Mama. 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 Oh nein, also diese Dimension, das verstehe ich. Junge. Jump. So knapp, so knapp. Wir probieren's. Ich bin zu blöd. Ist das wie es ist? It is what it is. Solange dann werde ich aggressiv. Rein, ganz schnell rein. Ja, macht nix. Please jump richtig. Das kann nicht die Lüge. Ich geh nochmal ins Waschbecken, Kinders. Jetzt hab ich genug Übung. Rein. Nein. Rass. Balanchier. Ey Gott, der hat sich nicht festgehalten. So, Leute. Der Fernseher ist kaputt. Wir kommen nicht an die Tür. Damit schon. Weil wir haben niemand mehr für hochgepackt. Also Räuberleiter natürlich. Mein nicht. Ich habe Angst. Mama. Als ob ich da jetzt runter muss. Ich hoffe, sie hören mich nicht. Ich bin Trash. Ja, ich bin Trash. Nein. 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 Oh, ich höre schon wieder Strom. Dit is nicht gut. Gut, wir gucken uns mal an. Oh, schade. Aha. Ah, ja. Ich glaube, das ist nicht der Klotz. Das. Wir gehen shoppen. Meine Lieblingsbeschäftigung in der Zeit von Corona. Aua. Schade. Aber ich will ihn nur aus, das ist das Problem. Ich schiebe ihn einfach runter und springe dann drauf. Komm und seh bitte mit der Einkaufswahn. Ja. Ganz zufällig landet er. Das ist doch wohl von den Spiel-Creatoren so gewollt. Jambonet! 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 Hier ist Snider. Kein Wasser. Was ist hier? Will man's wissen? Gibt's hier was? Was ist das? Ich will raus in die Freiheit. Hier kommen wir ja auch wieder dahin. Ach ja, da hätten wir sowieso lang gemacht. So, Strom aus. Jetzt kann ich in die Wasser wahrscheinlich. Was wollen... Ach, ich muss den Fernseher machen. Oder? Ich brauch' dort den Dingens. Oder? Was seid ihr? Was seid ihr? Schieb die Scheiße. Ich glaub' du spinnst. Nimm ihn doch! Das ist es nicht. Willkommen. Nee, ich brauch' ja dann wieder Strom, um den anzumachen. Aber ich versteh' gar nicht, was die Mission machen. Doch, der Wagen muss dahin. Aber wie kommt man dann von hier wieder weg? Ah, da oben lang wahrscheinlich. Aber er geht nicht rüber. Doch, jetzt. Jetzt stimmt. Nein, du Scheiße. Ach so. Aber beim ersten Versuch schön an der Kante hängen, oder? So. Wir testen. Man kommt von hier. Und dann... Ja. Gut. Gut. Lass mich hier durch. Ich dachte, ich wär' durchgegangen. Quetsch. Quetsch dich, Junge. Quetsch dich. Oh. Ist was muss. Okay. Strömend. Schön ins Wasser springen. Schön ins Wasser springen. Also kein Stress, Leute. Wir haben's geübt. Wir haben's geübt. Ah, ich kann schon alle. Nee, ich muss ihn anmachen. Nicht doch. Ich wusste jetzt. Warum von da, Junge? Das ist ja ne Verarsche. Es ist ja die reinste Verarsche, die ich je gesehen hab. Es ist sowas Freches. Ich hab. Ich hab die. Ich weiß es auch nicht, warum ich hier lang sitze. Ich will ihn drehen, ich will ihn drehen. Ich will ihn drehen. Das klappt. Das klappt auch gut. Klappt gut. Du bewegst dich. Lass mich doch mal hier durch. Sträng dich an. Die, 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 die Leute. Okay. 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 Ich will ihn zählen. Den sprung durch die Schatten. Okay. 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 Nee. Nee, 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 nee. Ich rutsche aber nicht vom Dach, oder? Warum kriege ich kein Signal? Geh doch aus. Ohne, dass ich mich in Gefahr bring. Theoretisch sehen sie ja meinen Sprung. Wir springen über die Gas. Wir machen eine Finde. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich den ausmachen. Aber wo verstecken wir uns? Und jetzt müssen wir uns aufhören. Ja, was ist denn da? Ach. Ach, hey. Ich hänge hier wieder überall fest. Das ist so unfair. Ich hänge hier wieder überall fest. Ich bin so langsam. Nee. Ich hoffe, ich wache in der Glarscheibe auf. Perhaps, oder? Ich bin so schnell weg, oder? Ich bin so schnell weg! Leute, das ist eine Verfolgungsjagd. Hallo, Mama. Oh Gott, ich habe Angst zu stellen, weil ich von diesem Spiel... Ich sag's euch, Leute, ich sag's euch... Oh mein Gott... Oh nee, oh nee... Oh nee... Mama... Oh mein Gott... Okay, ich helf dir. Bitte komm nicht raus. Oh mein Gott... Oh mein Gott... Oh Gott... Nein, oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... ist Und ich dachte, er gibt uns auf. Wo geht's weiter? Da draußen? Oder den Flur? Oh mein Gott. Hoch, 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 hoch. Ich trau ihm nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kinnis. Oh mein Gott, Natali. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ey, ich dachte, keine Ahnung was passiert. wird. Fuck. Nicht den ganzen Mann. Ja, jetzt ist er viel näher. Das ist unfair. Ich hab mir voll den Vorsprung aufgewacht. Also direkt loslassen. Slime. Greifen. Oh nee. Was passiert? Ach, so weit kann er nicht teleportieren. Alles klar. Tschüss. Ready. Boah. Oh nee, jetzt ist unser Färm. Was haben wir denn noch kaputt? Was sollen wir noch alles verlieren? Erbeben. Erbeben. Steh auf, Junge. Steh auf. Wir haben keine Zeit. Wir wissen nicht, wo er ist. Ja, es ist schwer. Oh ja, du bist... Oh mein Gott. Geht's weiter runter. Aber warum soll... Darf man die eigentlich einsammeln? Es ist nicht mehr da. Ich glaube, hier geht es nicht. Okay. Ich glaube, wir können nicht springen. Six hat uns in die richtige Richtung geführt. Die Level gehen nicht immer nach rechts weiter. Wo ist sie denn? Da oben. Oh Gott. Ist das ein Hut, den wir nehmen können? Nein? Okay. Da ist er. Da ist eine miese Leiter. Ich kann immer noch nicht springen. Also kann uns nichts passieren. Oh Gott. Kameran, was ist los mit dir? Oh Gott. Was ist hier nun los? Und meine lieben Leute, wir werden in der nächsten Folge weitergehen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Alles klar. Wir machen hier trotzdem Ende, weil das Spiel wird da schon weiter.